Hallo und herzlich willkommen bei Young und Maxi. Heute machen wir die Challenge, wer sich öfter selbst eine Backpfeife geben kann. Ihr reicht schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das muss Maxi jetzt als Bestrafung trinken. Hallo, heute lernen wir, wie man einen Kugelschreiber repariert. Man muss ihn dazu einfach nur mit einem Tintenkeller einwickeln. Fertig. Heute haben wir wieder ein neues Video. Und zwar wird sich Maxi heute einen Stuhl gegen seinen Kopf schlagen. Und ich filme das. Ich spüre mich auf jeden Fall. Ich spüre mich auf jeden Fall. Heute bei Jan-Maxi wollen wir wieder mal ein neues Getränk erfinden. Alles, was man dazu braucht, ist ein Döffel, eine Kabel, ein Messer, Butter und Wasser. Heute wollen wir testen, was passiert, wenn man diesen Gegenstand mit einer Angst draufschlägt. Das wird keiner wissen. Hallo zu einem neuen Video. Heute wollen wir dieses Rad in eine Seißenkiste umwandeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.